Hallihallo hallöle, ich bin's wieder, euer Pocky. Nach einer längeren Pause, naja, geschätzte zwei, drei Monate, melde ich mich mal wieder zurück. Und ich habe, wie der Titel des Videos schon sagt, ein paar Informationen für euch. Und zwar, wie ihr sicherlich gemerkt habt, ich war eine längere Zeit nicht da und habe mal gedacht, dass ich euch mal wieder neues Material liefern sollte. Das heißt, ich werde das Let's Play von Legendary natürlich weiterführen, da ich so ein gutes Feedback von euch erhalten habe. Das Let's Play von Strande 2, ähm, ja, muss ich noch eine kleine Impfung dazu sagen. Da ich mein Computersystem neu gemacht habe, neue Hardware, bla bla, System aufgesetzt neu, sind mir leider die Speicherladen von dem Spielfeld umgegangen. Also muss ich mal schauen, was ich da machen kann. Deshalb werde ich das Let's Play von Strande 2 erstmal auf Eis legen. Ähm, weitere Informationen wären noch, dass ich, wie ihr gesagt habt, am Anfang des Videos mal auf dir schnell ein kleines Intro erstellt habe. Was natürlich mir noch nicht so ganz gut gefällt, aber für den Anfang reicht es. Das wäre, das, ja, das wollte ich einfach nur mal machen, weil ein kleines Informationsvideo ohne irgendwas anzufangen ist doch langweilig. Ähm, des Weiteren werde ich, ja, was habe ich denn noch? Ähm, genau. Ähm, ich habe noch meine Facebook-Seite, meine Fanpage-Seite natürlich, da könnt ihr mal drauf schauen. Dort werde ich jetzt in der nächsten Zeit, ähm, kleine Informationen zu meinen Projekten schreiben. Ähm, ich werde auch, äh, ich habe mir natürlich gedacht, dass ich mal ein, äh, Minecraft Let's Play mache. Oder ein, äh, 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 ja. Wer ist das Wort nochmal? Ah, Fäh. Ah, wie heißt das Wort nochmal? Let's Play Together? Let's Play. Ja, egal. Ähm, mit einem Kollegen zusammen. Äh, und zwar auf meinem Minecraft-Server. Ich habe noch einen, ja. Ähm. Ähm, das war's eigentlich an Informationen. Mehr wollte ich euch nicht sagen. Ist zwar ein bisschen wenig, aber sollte reichen. Okay, dann bedanke ich mich, dass ihr mir, dass ihr euch zugehört, dass ihr mir zugehört habt. Deutsche Sprache, schwere Sprache, wie immer wisst ihr ja von mir, kennt ihr ihn nicht anders. Und ja, äh, das war's. Ich bin euer Pocky und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.